Guten Abend. Ich lese für Sie heute aus einem besonders schönen Buch vor. Die sind aber wirklich lustig. Von Venzio Ninja Wolf, erschienen im Holtrio Verlag in der Kniefig Edition, Klein Kleckersdorf 2017. Hallo, ich bin Umberto und ich bin hier, um Ihre Tochter Liebem zu machen abzuholen. Um was? Um Umberto. Ach, wie schön. Was ist blau und hat beim Splatfest verloren? Gib Supernova. Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. Entschuldigen Sie, wir suchen jemanden, der im Park Frauen belästigt. Okay, ich mach's. Telefon 6 ist AIDS sicher. Was ist dunkler als die Rückseite des Mondes? Die Warteschlange beim KFC. Haha, okay. Habe ich das nicht verstanden. Ein Kind geht nachts am Schlafzimmer seiner Eltern vorbei, öffnet die Türe und schielt hinein. Oh, und die wollten mich zum Psychologen schicken, weil ich am Daumen lutsche. Haha, in meinem nächsten Leben will ich ein Staubsauger werden. Andauernd fasst mir einer ans Ohr. Der Sack wird regelmäßig geleert und wenn ich Glück habe, werde ich auch noch an die Nachbarin ausgeliehen. Ach ja, wer kennt's nicht. Was bekommt ein afrikanisches Kind zum Geburtstag? Hunger. Und mit dieser amüsanten Schmunzelgeschichte entlasse ich sie dann auch und wünsche Ihnen eine heitere und erholsame Gute Nacht. Und mit dieser an den KFC. Ich werde dir ein paar gute Witze raussuchen. Hätt's im Maul!